so willkommen zu einem neuen tag von jack king im letzten teil habe ich das elixier 13 gefunden oder amort 13 und dann wollte ich hoch auf das dach hier wieder um mein flieger tüts zusammen zu bauen und dann kam ein größeres fliebertüt an und hat irgendeine kiste geliefert vielleicht die bauteile für das flieger tüt ich muss doch nach kalkutta ich wollte ihn nach kalkutta auch schon wie ist er noch mal den ich da treffen sollte ja mein gedächtnis mein namens gedächtnis ich habe es bereits vergessen aha the prey has been cornered could it really be thee jack king unbelievable perhaps he's actually found something i've overlooked dear child yes boss you now have a chance to show just how talented you are bring me that keen fellow he might have something that could be useful to us i'll take care of that right away grand oh my pet yes boss if he manages to slip through your fingers that was my first and last job for you um okay now be off and start demonstrating your intelligence to me my intelligence you got it you don't have any problem with the way i speak do you no way why my uncle george had a way with words that sounded cute too you just might be one of the few human beings around me with the future sweetie oh it's nice to hear that but i've really got to get going now time for me to get the cargo out of the container ich könnte ihnen da rein gucken oh jack got away gutes messer du blaster door open you ok jetzt spiele ich wieder meine feindin im körper meines feindes die amanda jetzt hat sie wieder ihren mantel an ich schon seltsam wie soll ich mich denn da mit den figuren identifizieren wenn ich immer mal freund und mal feind spiele ja look at crack oh god look at crack lass mal so mal laufen jack has forced the back open jack has forced the back open jack has forced the back open da siehst du von hier aus da komm ich jetzt hier runter oder a good opportunity to go below and get jack out of the broken down elevator unfortunately blockt blocked BBLATT! BBLATT! Der Elevator hat sich letztes Mal gemacht, als Jack wollte es um es zu entfernen. Jetzt ist er da unten befestigt. Das Problem ist, wie kann ich ihm zuhören? Part of an odd, small aircraft. Gruesome! It seems like there are cocoons inside. I don't think it's the right time yet. Pompom! 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 Was gibt's da noch? Ein mächtiger Monkey! Lover! Jack muss die Lever ausbrechen, um die Lichter auszuwenden, um den Monkern eine Bedingung zu geben. Ducktape! Endlich mal ducktape! 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 Ich will mein Ducktape! Ducktape kann man brauchen! Ducktape kann man brauchen! Ich denke, Jack hat ihm eine Wippung gegeben. Das könnte wichtig sein. Aha, auf einmal geht es. Das wird mir helfen. Grußend. Grußend. Ja, Grußend. Lover. Jack must have broken off the lever to switch off the light in order to give the monkeys a beating. Jack must have broken off the lever to switch off the light in order to give the monkeys a beating. Genau, Lover. Ich kenne zwar nicht so toll Englisch, aber ein Hebel ist immer noch ein Lover. Letztens hatte ich einen, der hat immer von Lever. Lever, Lever. Boah, Hebel meinte, hat immer Lever gesagt. Was hat der denn immer mit seiner Lever? Das heißt Lover für Hebel. Boah, 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 Boah. Schreit auf die Schrift. Ich habe mir die... Ah! Da habe ich geklickt. Komm! Muss ich mir die Brille putzen oder ist das wirklich hier so... ...zu verwaschen. Hm, muss ich, muss ich... Warum hat er so hier... ...und da oben eine... ...a Riffle... Ach ja, sie können ja schießen. Sieht aus wie ein Manual für die Monkees. Neeeha! Das scheint nicht zu funktionieren. Die Tuck-tape. 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 Das ist zu tief. Ich glaube, Jack hat ihm eine Wippung. Jack hat wohl auch gewonnen, als die Monkees wollte die Container. Sieht aus wie ein paar Böse. Das ist so ein böser Bube. Sieht aus Elektrizität zu laufen. Der Doktor hat all die Makings eines Geniuses. Oh, da kann die elektrische Leitung. Was macht er mit Hangar? GESCH hab? GESCHAM. 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 GESCHAM! GESCHAM! Nitroglycerin? Da schieße ich jetzt drauf. Mit genügendem Abstand. Da stelle ich mich lieber hier drauf. Ja. Es gibt große Baba Boom. Der geht noch näher ran. Ja, geh doch noch näher ran. Der geht doch noch näher ran. Hä? Was stimmt mit der Frau nicht? Von wo aus will die denn schießen? Das wird nicht so funktionieren. Eine komplett dilapidated valve, verabschiedet zu einer Helium-Pipe. Na, Helium brennt nicht so gut. Ah, die geht immer auf den Krieg. Hier, look at Crack. Und dann läuft sie wieder nach da. Also, weggieses. Natürlich mit den Pompoms. Drugsbark Bläst Drugsbark Drugsbark B głowen ... расск ‑‑ Dann drehen wir mal am Rad. Ein Schade, aber die Valve funktioniert nicht mehr. Ich kann höchstens was einklemmen hier in diesem... Muss ich wahrscheinlich auch irgendwann mal. Ich habe die Leber auf die Leber auf die Leber in order to give the Monkees a beating. Es sieht aus einfach zu folgenen Instructions aus. Es geht um die Länge von Unload, Switch Off, Light, Send Signal. Das ist aber wie ein Doppelpompom. Was sage ich damit? Das ist die auch noch kombinieren. Was sage ich mit den Balloons? Wenn ich die da reintun die ganzen Balloons mit Helium voll machen und da rein und da rein und da rein und da rein und da rein. Eine komplett dilapidated valve, die zu einem Helium-Pipe haben wir ein bisschen Öl oder sowas. Ducktape. Das hilft uns da auch nicht weiter. Das wird nicht so funktionieren. Das ist ein bisschen dunkel hier, finde ich. Gibt es denn hier keine Schmiere? Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ach, wie witzig. Ach, wie witzig. Das feß es nicht funktioniert. Das wird nicht so funktionieren. Das wird nicht so funktionieren. альной health nicht funktionieren. Das wird nicht so funktionieren. Ich glaube, es ist die richtige Zeit dafür, noch ich glaube, der Zeit ist. Vielleicht muss ich das da einklemmen. Also gehen wir mal wieder zum anderen Ende. Irgendwie muss ich da mit Sicherheit irgendwas einklemmen. Aber die sieht nicht aus, als ob sie da reinpassen würde. Aber wie so oft wie in Adventuren, Versuch macht klug. Ja. Die Box ist in der Hallow. Nee, praktisch. Wenn irgendwas eine Beschriftung hat, hat es irgendwann auch eine Bewandtnis. Mit den Lampen, die brauche ich bestimmt irgendwann auch noch. Vielleicht kann ich die ausschießen. Das ist irgendein bestimmtes Signal. Wer weiß. Warte mal. Kann ich die jetzt schon ausschießen? Im Moment muss ich definitiv noch das Licht brauchen. Aha, 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 aha. Ne, also wenn irgendwas beschriftet ist, dann wird's auch gebraucht. So, wo sind die Ballons? Use Balloon, Wolf, Helium, Bleak. Und da machen wir unten rein. I secure the Balloon. Ah, naja, dann machen wir mit Duck-Tap zu. Oh, Balloon. Hm. Okay. Ja, pack wieder weg. Pack's wieder weg! Das scheint nicht zu funktionieren. Dann muss ich erst etwas Ungültiges machen, okay. Ja, ich habe einen schönen Helium-Ballon, einen ziemlich großen. Was soll mir das bringen? Nein. Irgendwann kann ich mit dem auch gar nichts machen. Das scheint nicht zu funktionieren. Wo willst du überhaupt hin, Mädchen? Die macht mich fertig. Wo läuft die hin? Habe ich da hingeknickt? Nein, da habe ich nicht hingeknickt. Schade, aber die Ballons funktioniert nicht mehr. Jetzt wird's keine Beschriftung mehr, das irritiert mich. Und das liegt, bleib hier immer stehen. Der Stick hat auch keine Beschriftung mehr. Aber wozu ist denn die Punch-Card? Wo soll ich die damit benutzen? Das ist so nervig, dieses... Ihre Stimme da. Ja, wo soll ich den Kitz schießen? Ja, ja, und dann läuft sie wieder rum und sagt, es geht nicht. Komm, bleib hier. Bleib hier! Ja, komm, hierher. An Ordinary Pipe. Schöke ja. Das funktioniert nicht. Ja, guck mal mal, die Affen können das lesen, ich nicht. Das sollte mir zu denken geben. Wäre ich denn in Stande zu denken? Ich denke, das ist für den Zeitpunkt gehalten. Ich glaube, 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 das ist für den Zeitpunkt gehalten. Das wird nicht funktioniert. Das ist nicht funktioniert. Mann, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, oder? Das wird nicht so funktionieren! So wie das? Bäh! 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 Seeds sind hier für sicherzustellen. Was ist das hier? Hier ist eine Hebelplattform. Was gibt es da nicht? Das wird nicht so funktionieren. Das wird nicht so funktionieren. Es scheint zu funktionieren. Die Doktor hat alle die Gäste aus dem Genie. An Ordinary Pipe. Das scheint nicht zu funktionieren. Das stimmt. Hier sind nicht so funktionieren. Wozu sind die Punch Cards? Was machen die Affen mit den Punch Cards? Also den Loch Karten. War noch was? Achso. Wenn das Ding noch größer wird, dann wird es zur Seite. Ich habe Pompons, nicht die richtige Zeit, die Punch Cards. Das wird nicht funktioniert. Das scheint nicht funktioniert. Was übersehen? Ich... Ich komme nicht drauf. Nochmal hier die... Wo bewegt sich das als einziges? Ist das der Hint? Bewegt sich das? Um mir einen Tipp geben zu wollen? Das ist wichtig. 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 Das ist ein Computer. Das ist ein Punch Cut Box. Ich denke, das ist für den Zeitpunkt zu beantworten. Ich habe bereits einen Ballon. Ich habe bereits einen Ballon. Und völlig nutzlos. Wenn die in den richtigen... Wenn die in den richtigen rein... nicht nur sehr... ...used all. Es ist ein Punkt. Nicht schlecht. Ich sage es. Ich sage es. Es ist nicht schlecht. There it is. Dangerous. That doesn't seem to work. An extremely sticky strip of tape. Shucks. Won't work. A good opportunity to go below and get Jack out of the broken-down elevator. Unfortunately blocked. I'm not sure. I'm not sure. There it is. Dangerous. Look at Finn's slot. A narrow slot. In the best condition. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Fits. I figured it out. I've successfully unloaded the container. What's the next step? There it is. Dangerous. Jack has forced the back open. What's the next step? Pff. Schauen wir mal auf das... Blackboard. Finde ich bisher ein bisschen... Unlogisch. I don't think it's the right time yet. Das ist Signal, oder? Signal geben. Unload the container. Also wenn das das Ding war... Dann ist das Ding jetzt raus. Das soll dann hier hin. Zweitens. Oder der ist schon abgeschlossen. Benutzt den Hebel... Und dann... Hebel gleich rot. Gleich... Und das... Hä? Fuck you! Man, eine schmierige Grafik. Jack must have broken off the lever to switch off the light in order to give the monkeys a beating. Jack must have broken off the lever to switch off the light in order to give the monkeys a beating. Wo ist er jetzt eigentlich mein Duct Tape? That's too tight. Was soll das? Irgendwas mit den Lampen zu tun hat. Irgendwie jetzt die Lampen ausschießen. Was soll das? Mal newborn heal... irsoup sind. W AK S W AKING SEKowner nessige Grafik. Das warEvet. Du sagst daira w forgiven. Is soll das mal контрまず trong vorak Confessigien? nur popping, das war redeem. wield kann. Der Techniker wird ein bisschen Zeit haben, wenn er wieder alles umsetzt und wieder arbeiten muss. Geh! Geh raus, du dummer Monke! Hallo? Könntest du mich sehen? Das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen unlogisch und kompliziert. Untertitelung des ZDF-3 Das war's, jetzt muss ich jetzt aus dem Elevator gehen und erhebte ihn an den Doktor zurück. Geh weg, du blöde dört! Hey, das klingt wie ein Ayrschiff. Das könnte sein, was die Sache zu retten! Stop, du scoundrel! Hold it right there! Oh no, so high! Jump! I have to jump. Jump! I... can... do... Not. Jump! It's late. Nice try, cowboy! Oh oh! Ich bin mal wieder gefangen! So, my dear Jack! You've barely found out who your parents were. And I already hope they're best kept secret in my hands. Yes, quite right. Your parents were geniuses. Actually, they were only supposed to create a plant that devours other plants. Tea plants! But they went on to develop an elixir that bestowed incredible powers on plants. Unfortunately, they refused to hand it over to me, even when I became somewhat aggressive. But fortunately, you came along and solved that puzzle, providing me with Emerald 13. I have reproduced it and fed it to my carnivorous plants. Sorry, that's a meat eater in your vocabulary. And now, instead of tea eaters, my monkey man balloons carry invincible plants that will eat anything! Ha ha! Who would settle for a tea p-p-pire when they can vanquish the entire British p-pire? He he he! See them taking off? They are all taken to the air from my secret base! And their target is... The fleet of the British p-p-pire! Of the what? Of the p-p-pire! The Empire? That's the one! Fortunately, when this is all over, I shall never have to try to p-p-pronounce it again! The fleet of the Despicable Realm shall sail by the shores of Tooth Island soon! It's an opportunity I shan't miss! I am going to destroy all of their ships by dropping the most fearsome plant beast on them that the world has ever seen! Oh yes! It is going to rain killer plants on the Royal Navy! And England will grovel at my feet, weeping for mercy! You can't do that! The work of the formula hadn't been completed yet! The plants are going to multiply out of control! So what? They could spread across the entire planet! All of mankind is threatened! Dear, dear! There is no way to avoid certain risks! Take you for example! You ran the risk of taking me on! And now you find yourself in my death trap! What? Death trap? We wanna... kill Jack? Of course, Amanda! What did you think? I have constructed such a wonderful death trap for him! Dr. T, you are one sick man! And I'm going to pay you back for all of this! He he, hardly! When the first ray of sunlight shines through the glass, you are going to go up in flames! And we shall stand here watching you as you go! Ha! Well now, boss! What's on your mind now? Wouldn't it have a lot more style to just let him hang here in blind face, so to speak? He's surely going to face his doom! Of course! You're right, my pet! The more I think about it, I nearly committed a terrible error! Farewell, Jack! Unhappy ending! Sorry I couldn't buy you more time, Jack! I did the best I could! Right. All tied up in a glass dome without my knife. I'll be free again in a jiffy. It's a shame we didn't meet under different circumstances. There could have been something there. The problem is, you're just too darn decent. Yeah. Go keep that monster company. Have a good time with mankind on your conscience. Ah, great. And the first ray of sunshine will grill me to a crisp. I've got to get out of here! Ah, let's go a little bit further. How do I get out of here? A little... Kerosine? Quick? Nice and oily! What do I have? A ring? That doesn't seem to work. Oh, sure. Quite a lot! Everything's gonna go up in flames here! The glass is all dark and sooty. I can't see a thing of what's going on outside. The glass is too thick. It would work if it was thinner. I don't think that'll work. Fascinating! Incredible! Not bad! Not bad! Fascinating! Fascinating! Incredible! I don't think that'll work. Mm-mm. The glass is all dark and sooty. I can't see a thing of what's going on outside. With the first time, you will see the light open islands up in the tank Das erste ray der Sonne wird mir auch alles frühen und auch alles. Schön und zuhörig. Schön und zuhörig. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Die Schreie ist all dark and sooty. Ich kann nicht ein Ding sehen, was passiert. An ancient Heirloom, für sicher. Ich weiß nicht, dass das funktioniert Ja. Das scheint nicht zu funktionieren. Das Schreie ist zu stark. Es kann es auszuhörten, wenn es schreie ist. Ich weiß nicht, dass das funktioniert. Was ist irgend eines? Das will ich auszuhörten. The glass is too thick, it would work if it was thinner. Quite a lot, everything's going to go up in flames here. The glass is all dark and sooty, I can't see a thing of what's going on outside. Cleaned glass, cleaned glass, cleaned glass. I should take a closer look. In the last second. Barely, but I made it. I've got to get down from here before it all collapses. There goes. There goes. There goes. One of those classic flagpoles. One of those classic flagpoles. Nice and oily. That's not going to work. There goes. There goes. There goes. There goes. I'll do it. I have to get down from here. There goes. There goes. I can't do it. In irgendeinem Punkt Oh Gott muss es aber was geben. Es gibt den flagpole. Das ist doch das einzige was hier irgendwie beschriftet ist. Geh doch mal rein. Ja das ist von mir klar. Ja ich probiere halt alles was geht. Ich glaube das wird das funktionieren. Das funktioniert nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke, das wird nicht funktionieren. Das ist nicht funktionieren. Das scheint nicht funktionieren. Das ist nicht funktionieren. Ich glaube, das ist nicht funktionieren. Das macht es nicht funktionieren. Das ist nicht funktionieren. Ein von diesen Klassikflagpollen. Einer dieser klassischen Flagpolle Talk to little men, hello little men Help! Can anybody hear me? Help! Job and Jehoshaphat, who's doing all that shouting? Oh no! Potato face! Of all people, him! What are you doing over there? There's no time for explanations! Help me down here! There never really was much doubt that you'd get stuck sooner or later I'll ride already! Help me! Why? Why don't you just jump? Jump? If you only knew! You're not only a potato face, you're a coward too! Let's just put a stop to all this nonsense and help me get down from here! Alright! But how? There must be something you can do! Try this! Lots of loot! Just put a stop holding it in back! Let's see! Not bad. A cozy spot for a pelican, I guess. Hm. What a mess. ich komme noch mal aus warum was mitzunehmen schön gemacht wie sich das hier zu trägt das licht das chap ist wahrscheinlich nicht in einem box stacking contest das chap wahrscheinlich nicht in einem box stacking contest das ist nicht in Pindycon das scheint nicht funktioniert es wird es ist schon eine Bühne es ist schon eine Bühne es wird mir sicher nicht zu helfen es muss ich schon mal es muss zu gehen es wird hier mit dem es steht für die 1st prize in den zieler's knot tying contest es ist schon eine Bühne es wird mir sicher nicht zu helfen Ja, mach mal auf die Karte. Und ein weiterer perfekt exekutete Sälerknot. Ein Pädestal. Ein Pädestal. Ein Pädestal. Es ist nicht fern. Großartig und stürzig. Das muss ein Pädestal haben. Ich kann es nicht erreichen. Ein Pädestal. Ein Pädestal. Ein Pädestal. Ich kann es nicht öffnen. Ein Pädestal. Ein Pädestal. Ein Pädestal. Ein Pädestal. Einізutal. Aus dem Pädestal. Ein Glas. Ein Pädestal. Ein Pädestal. Ein Pädestal. Ein Pädestal. Ein Pädestal. You can't say he didn't make himself comfy here. Obviously the man was a passionate angler and master knotsman. Seems he practiced doing knots here and kept his fishing gear in shape. I don't think that'll work. The net is inside a glass showcase. I've scratched the glass and knocked it in. It says winner of the 1875 Dynamite Fishing Tournament. It says first place at the 1877 Sword Fishing Contest. Wow, the Gordian Knot. The supreme challenge for any seafaring man. I don't think that'll work. I don't think that'll work. That's not going to work. That doesn't seem to work. I can't reach it. It says winner of the 1874 Dynamite Fishing. They don't impress me one bit. People get them in Cape Town by the dozens. The lighthouse keeper certainly had a thing for knots. What else is new? The trap door is locked. It's burning. It's burning. That's not going to work. I don't think that'll work. I don't think that'll work. That doesn't seem to work. A cozy spot for a pelican, I guess. That doesn't seem to work He wouldn't like the taste That doesn't seem to work Dosein getauscht. A pedestal, a pedestal, a pedestal. It says, first place at the 1876 swordfishing contest. Fisherman's Nets. Typical decor kitsch, no chance that you could steer a proper ship with that thing. It says, winner of the 1875 dynamite fishing tournament. Wow, the Gordian knot, the supreme challenge for any seafaring man. That must have fishing gear inside. Looks a lot like dynamite. Oh-oh, I want that right next to my entzündeten Streichholz. Oh-oh. That doesn't seem to work. That's not going to work. That's not going to work. That wouldn't be very nice. I don't think that'll work. That's indoor to use. 3, 2, 1, wrong! Yikes! Oh no! Well knotted. The lighthouse keeper certainly had a thing for knots. Seems he practiced doing knots here and one of the few objects in this room that a lighthouse keeper really perhaps ought to own. The bloke was probably a real collecting freak. They're empty and scruffy. I think that ... I think that does ... ... ... ... ... ... ... ... Now we have at the next part. I do this trapdoor. I do not know there or not. So, bis dann. Macht's gut.